Und damit sein Gegrüßt, mein Name Zwerge, Genome, Hobbits und Enderdom zu einem neuen Adventskalender Türchen, Video mit dem Zwergen und Fürst. Wir bauen hier wieder weiter an der Hütte, an der Schenke. Ja, machen wir mal hier weiter. So, hier kommt jetzt oben ein kleiner Eingang drauf. Nicht in der Farbe, den Mods. So, sehr schön. Hier kommt jetzt der Eingang für die oberetage. Das brauchen wir ein bisschen Quarz. Ja, übrigens, falls, ich habe jetzt zum Beispiel hier so ein bisschen was, ich habe zwischen den Folgen habe ich ein bisschen angefangen zu modden. Ich habe so ein paar, nicht selbst gemoddet, aber ich habe so ein paar Quarz. Quarz Ziegel, können wir das nehmen? Gemesterte Quarz Block, ja, warum nicht? Ich habe so ein paar Textur Mods eingebaut, da habe ich einfach Spaß dran. Okay, wie hoch soll die Quarz Block werden? Mal schauen, hier soll, glaube ich, erstmal eine Tür rein. Ich höre hier ein Zombie. So schleicht der sich rum. Wahrscheinlich unter uns. Es ist wahrscheinlich irgendeine Geschenke drin. Und ergeheizt sich, dass es noch kein Bier gibt. Äh, Glühwein meine ich natürlich. Okay, drei hoch soll es hier erstmal werden. Ich folge einfach der Anleitung. Ich wundere mich gerade auch, warum hier auf einmal Quarz benutzt wird. Hauptsache sieht am Ende hübsch aus. Sehr schön. Ich sage viel zu häufig, sehr schön. Okay, eins weniger. Ein Spiel. Und wer es recht zum Spielen weiß, langt ans große Ziel. Hübsch übers Land. Sehr schön. Hier wieder tolle Weihnachtslieder und Jahresabschlusslieder. Okay, jetzt hier doch auf einmal Hübsch rein. Okay. Uh-huh. Ja, da seht ihr mal, ich weiß auch nicht so wirklich wie es lang geht. Mit einer Anleitung bauen. Okay. Okay. Ich schweb hier mal hoch. Okay, alle drei hoch. Ah, das ist der Zombie. Und da ist ein Creeper. Den Anzug an. Das ist der Zombie-Vertreter. Eins, zwei, drei. Ich habe in den letzten Tagen mal Texture Mods entdeckt und habe mir dann ein paar bunte Betten gemacht und die Creeper habe ich nach dem Anzug angezogen und so. So, ich denke die Außen auch. Hm, dann wächst auch das. So, ich denke die Außen auch. So, ich denke die Außen auch.